Er sammelt Chefposten, wie andere Leute Briefmarken. Kurz nach dem Kauf von Twitter übernimmt Elon Musk auch bei dem Kurznachrichtendienst die Führung, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht vom Montag hervorgeht. Er leitet bereits den Elektrobauer Tesla, die Weltraumfirma SpaceX, das Gehirnchip-Startup Neuralink und den Tunnelbauer Boring Company. Musk löste einer weiteren Pflichtmitteilung zufolge außerdem das Direktorium auf. Diese Maßnahme sei aber nur vorübergehend, schrieb er auf Twitter. Am Wochenende hatte er dort moniert, dass bei dem Kurznachrichtendienst auf einen Programmierer gefühlt 10 Manager kämen. Der Kurznachrichtendienst wollte sich zunächst nicht zu der Frage äußern, wie lange Musk Twitter-Chef sein werde oder ob er jemanden anderen ernennen werde. Nach einem monatelangen Tauziehen ist der als exzentrisch geltende reichste Mann der Welt seit ein paar Tagen offiziell der Eigentümer des Social-Media-Netzwerks, dass er sich 44 Milliarden Dollar, das sind 44,38 Milliarden Euro, kosten ließ. Unmittelbar danach feute Musk Twitter-Chef Parag Agrawal, Finanzchef Ned Siegel und Chefjustiziarin Vilja Gade. Vertriebschefin Sarah Personett twitterte am Dienstag, sie habe ihren Posten vergangene Woche niedergelegt. Musk hatte den Twitter-Führungskräften vorgeworfen, ihn und die Investoren über die Zahl gefälschter Konten auf der Social-Media-Plattform getäuscht zu haben. Nach offiziellen Angaben sind es weniger als 5% Fake-Accounts. Im Streit um die Unterlagen hatte Musk gedroht, die im Frühjahr verkündete Übernahme deswegen ganz abzublasen. Der Washington Post zufolge beschränken sich die Entlastungen nicht auf das Top-Management. Es stünde ein Viertel der rund 7.000 Stellen bei Twitter zur Disposition. Die New York Times berichtete, Musk drücke bei den Entlastungen auf die Tube, um die Auszahlung von Aktienoptionen zu umgehen. Stichtag sei der 1. November. Das ist falsch, entgegnete der selbsternannte Chief Tweet auf Twitter. Der Kurznachrichtendienst war für einen Kommentar zu diesem Thema nicht erreichbar.